Was ist ein Margin Call? Der Margin Call oder auch das Stop-Out-Niveau, manchmal auch Airbag genannt, liegt bei 30% im Meta-Trader 4. Das bedeutet, wenn der Markt gegen Sie läuft und Sie bei einem Margin Level von 30% angekommen sind, schließt unser System automatisiert alle gerade offenen Positionen, um Sie vor eventuell weiteren, noch größeren Verlusten zu schützen. Der Meta-Trader nimmt Ihnen alle Kalkulationen in Echtzeit ab. Im Fenster Terminal im ersten Tab sehen Sie bei offenen Positionen immer eine untere, farblich hervorgehobene Statuszeile. Mit Echtzeitangaben zu Ihren Trades. Jetzt möchte ich Ihnen die 5 Begriffe, die Sie im Terminal vorgefunden haben, einmal ausführlich erläutern. Balance Die Balance ist Ihr aktueller Kontostand ohne Berücksichtigung der Entwicklung der offenen Positionen. Equity Ist die Balance, also Ihr aktueller Kontostand mit Berücksichtigung der offenen Positionen. Margin Die Margin ist der momentan gebundene Betrag für alle offenen Positionen. Die jeweilige Margin entnehmen Sie den Kontraktdetails des Handelsinstruments oder Sie nutzen zur bequemen Kalkulation unseren Handelsrechner. Freie Margin Dies ist der Betrag, den Sie frei haben, um weitere Positionen zu eröffnen. Margin Level Für uns die wichtigste Kennzahl. Dies ist das Verhältnis Equity zu Margin in Prozent, also der Grad der Kapitalbindung Ihres Kontos. Hier ein kleines Beispiel. Mein aktueller Kontostand beträgt 1000 Euro und ich möchte ein Kontrakt im DAX 30 handeln. Der DAX steht gerade bei 8800 Punkten und jeder Punkt ist 1 Euro. Als erstes möchte ich die Margin berechnen. Die Margin berechnet sich aus dem aktuellen DAX-Stand geteilt durch den Hebel. In unserem Fall 8800 Euro geteilt durch 100 ist gleich 88 Euro. Jetzt das Margin Level. Das Margin Level berechnet sich aus Equity geteilt durch Margin mal 100. Hier 1000 Euro geteilt durch 88 mal 100 ist gleich 1136,36%. Wichtig! Das Margin Level in Prozent zeigt Ihr Risiko an. Sollte das Margin Level unter 100% fallen, färbt sich die Linie im MT4 rot. Als erste frühe Warnmeldung. Dies ist die einzige Warnmeldung. Es erfolgt kein akustischer Warnton und auch keine E-Mail oder anderes. Nun können oder sollten Sie überlegen, ob Sie Positionen manuell schließen, gegebenenfalls teilweise. Oder ob Sie Geld auf Ihr Trading Konto nachschießen, über einen schnellen Weg wie zum Beispiel der Kreditkarteneinzahlung. Via Kreditkarte in der Regel minuten schnell, jedoch ohne Gewehr. Bei 30% Margin Level greift das Stop-Out Niveau. Jetzt würde das System alle gerade offenen Positionen automatisch schließen, um vor zu großen Verlusten zu schützen. Sie erhalten dann auf Ihr Trading Konto als Balance den Erlös der offenen Positionen zum aktuell verfügbaren Marktkurs geschlossen. Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Wünschen, Fragen oder Anregungen. Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Wünschen, Fragen oder Anregungen.